Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Medienbericht. Bund plant doppelt so viel Geld für Schienen wie für Straßen. Die Bundesregierung hat kürzlich angekündigt, dass sie in den kommenden Jahren erheblich mehr Geld in den Ausbau des Schienennetzes investieren möchte als in den Straßenbau. Diese Entscheidung soll den Fokus auf nachhaltige Mobilität legen und den Schienenverkehr in Deutschland stärken. Mit dieser neuen finanziellen Ausrichtung beabsichtigt die Regierung, den Schienenverkehr endlich als eine gleichwertige Alternative zum Straßenverkehr zu positionieren. Im Rahmen des neuen Verkehrsinvestitionsprogramms hat die Bundesregierung das Budget für den Schienenverkehr auf über 20 Milliarden Euro verdoppelt, während die Ausgaben für den Straßenbau auf etwa 10 Milliarden Euro begrenzt werden sollen. Experten und Politiker sehen dieses Vorgehen als einen notwendigen Schritt zur Förderung umweltfreundlicher Verkehrsträger und zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes, der durch den motorisierten Individualverkehr verursacht wird. Die Verlagerung der Investitionen auf den Schienenverkehr wird als Teil des breiteren Plans zur Umsetzung der Klimaziele betrachtet, die Deutschland bis 2045 erreichen möchte. Dies beinhaltet eine umfassende Modernisierung und Digitalisierung der Bahninfrastruktur, um die Effizienz und Pünktlichkeit des Zugverkehrs zu erhöhen. Zusätzlich plant die Bundesregierung, vermehrt auf innovative Technologien zu setzen, um das Reisen mit der Bahn attraktiver zu gestalten. Ein Thema, das ebenso zur Sprache kam, ist die Notwendigkeit, den ländlichen Raum besser an das Schienennetz anzubinden. Viele Regionen in Deutschland leiden unter einer unzureichenden Verkehrsanbindung, was sowohl der Lebensqualität der Anwohner als auch der wirtschaftlichen Entwicklung schadet. Die Befürworter der neuen Investitionsstrategie argumentieren, dass eine verbesserte Anbindung des ländlichen Raums an das Schienennetz dazu beitragen kann, Pendlerströme effizienter zu gestalten und die Abwanderung aus ländlichen Gebieten zu stoppen. Für die geplanten Maßnahmen gibt es bereits positive Reaktionen von Verkehrsverbänden. Diese betonen, dass die Förderung des Schienenverkehrs nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch sinnvoll sei. Eine verbesserte Schienenverbindung könnte der Wirtschaft neuen Auftrieb geben und damit auch neue Arbeitsplätze schaffen. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen, die befürchten, dass die neuen Mittel für den Schienenverkehr zu Lasten der Straßeninfrastruktur gehen könnten, die ebenfalls dringend in die Pflicht genommen werden muss. Straßen sind nach wie vor eine essentielle Verkehrsachse für den Güter- und Personenverkehr. In Anbetracht dieser unterschiedlichen Perspektiven wird der Erfolg des neuen Programms stark davon abhängen, wie ausgewogen die Mittel verteilt werden sollen. Das Finanzministerium hat bereits signalisiert, dass es eine Überprüfung der Infrastrukturprojekte geben wird, um sicherzustellen, dass beide Verkehrsträger angemessen gefördert werden. Insgesamt ist die Entscheidung der Bundesregierung ein bedeutender Schritt in Richtung eines ökologischeren und nachhaltigen Verkehrssystems in Deutschland. Die Pläne werden in den kommenden Wochen weiterhin intensiv diskutiert, wobei sowohl Fürsprecher als auch Kritiker ihre Argumente vorbringen werden. Die Öffentlichkeit bleibt gespannt auf die Entwicklungen und die konkrete Umsetzung der neuen Investitionspolitik. Autor mit Datum, Dienstag, 27. August, 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.